Grenade können definitiv die meintragenden Weapons in Apex sein, wie er sagt, oh mein fucking Gott, in Apex. Das war's von mir, haut rein, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, tschau. Schöner letzter Hit. Huse ist meiner Meinung nach die beste Fun-Legende, wenn ich das hier sehe, das ist einfach zu geil. Das ist aber nicht Season 12. Ah, es ist sowas von nicht Season 12. Wie kann man schreiben, die geilsten, 100 besten Clips überhaupt an Wars in Season 12 und dann ist da was Edge dabei. Naja, egal. Um, muss man ja die 100 vollkriegen. Was guckt euch diesen Damage an mit Sheila? Er startet bei... Er startet einfach bei 5... Bei 500 startet er. 573. Innerhalb von 3, 4 Sekunden hat er 700, 800 Schaden fast gemacht. Crazy. Allein die ersten 300 Damage machen. Wow wow wow. Sowas kannst du auch nur Ruhe machen. Oder halt indem... Olympus Luftschacht. Ich würde prinzipiell an der Deathbox stecken bleiben, einfach nur weil ich es bin. Wie dumm ist ein Gegner? Keiner stellt sich vor die Tür und blockiert. Er kann wie so ein Dulli die Tür auf und zu machen. Und keiner blockiert. Es muss ausgenutzt werden. Krass. Grenades kann definitiv be the most satisfying weapons in Apex. Oh mein fucking Gott. Grenades kann definitiv be the most satisfying weapons in Apex. Jetzt check ich erstmal, dass diese Granate kein Apex da war, weil die 100 Damage haben mich echt ein bisschen verwirrt, weil das geht nicht. Das Ding ist einfach in der Luft explodiert. Die most satisfying weapons in Apex. Alter, was für ein Ding. Mega krass. Tausend! Wohin, der schweb ist doch vorne! Kass. Wohin, hier. Seht nicht versteckt, ich Hitler! Hier! Wohin, hier. Wohin, hier! Mann, ein Blick ist schon gut, man muss halt treffen. Es war einfach jeder One-Shot. Setting up a brutal push with a Bloodhound-Ultimate, couldn't go any better than this. Und der Prowler ist auch geil, Ultimum Prowler. Stark, Alternator. Prinzipiell wäre mein Teammate da und hätte jeden Kill abgesneakt, One-Shot wahrscheinlich. Lieber in den Tod, ist das geil. Der ist doch geil. Schön. Ah, dieses D-Bank, ich hasse solche Menschen, ihr seid so ne Unterleute ey, wirklich absolut Schmutz. Sollen sie sich doch freuen, dass wir die ganze Zeit gewonnen haben. Das hat da gewesen. Ach, alles Tolles von dem Ort. Oh. Flatline und Ranger Visier, das ist auch so ne Nummer. Das könnte eigentlich der perfekte Flank sein. Einer links, einer rechts. Magi-Q. Oh, Schlag. Man sieht hier die Rampage. Das kann so ne richtige Abfackwaffe sein. Krass. Oh, ich liebe die Alternator. Alle werden absolut rekt. Oh, er rennt voll rein. Ist das geil. Ist das stark. Zum Ende wird das Video definitiv interessanter als am Anfang. Alter, aus der Hüfte, so stark alles getroffen. Krass. Was ist los? Ach, PC-Spieler, alles klar. Das war jetzt so disgusting. Oh, schön. Ich habe einen. Mit einem Optimismus rennen die da rein. Krass. Aber naja, ok. Wie viel Chance hast du da noch gehabt? Naja, Open Field. Open Field Healen, ja. Oh, stark. Wirklich. Da kannst du natürlich geil reinpushen. Also das ist mal nach dem Buff. Ne Krypto-Drohne, wenn du das so hinkriegst. Nicht schlecht. Stark. Kannst du auch mal schön Damage farmen. Willkommen in der wunderschönen und wunderschönen Welt der Apex Legends. Mann, das ist bitte für ein langer Laserstrahl. Sind das zwei Qs gewesen? Zufällig. Das sieht so aus. Das kann doch ein Bug gewesen sein. Guten Tag. Wir haben ja keine Gegenwehr. Ja. Das ist auch sehr, sehr geil. Einfach mal so eine Granate auf den Boden schmeißen wenn du gejagt wirst. Das ist so genial. Es ist so simpel. Es ist simpel. Aber komm erst mal drauf. Oh. Holy **** dude. Das ist so bitter ey. Guckt euch das doch an ey. Schon wieder wohnst Edge. Das ist so epic Moment. Das ist halt geil ja. Dafür ist Fuse so göttlich. Oh mein Gott. Er ist in den fucking Abgrund geflogen. Ist das geil. Ich muss es nochmal sehen. Ich muss es mal so treffen. Ist das sind da zwei in Abgrund geflogen? Das sah so aus. Ja ja. Ich will es nochmal sehen. Nummer eins? Ja. Die sind beide. Das sind zwei in Abgrund geflogen. Ist das cool. Junge, 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 Junge. Also wenn ich mich jetzt nicht völlig verguckt habe. Finishing clips off like this with the 30-30 repeater is perfection. Oh schön. Die Reaktion von ihm. Das wird er hier aus stormen. Der absolute ähm. Das bockt dann gut. Mach ich das doch an. Wie relaxt. Wie relaxt. Die Reaktion ist zu göttlich. Wie relaxt er da sitzt und macht und krass. Das ist einfach unkrasse. Das ist einfach unkrasse. Der nächste ist von zwei glaube ich oder? Schön. So ein Weg mit Hammerpunkt ist so eine absolute Machtwaffe. Krass. Riecht das an. Musst halt treffen. Es scheint ein bisschen schrecklich. Aber hey. Wenn es funktioniert, funktioniert es. Ein Squad left. Ich hatte wörter odds als mich. Oh. Nein. Es war einfach nur noch ein 27er. Tatsächlich. Ein 27er hätte mit dem Double Tap. Oh Gott. Guckt euch das doch an. Wow. Es ist die Zahlen wie sie tanzen und hüpfen. Unfassbar geil. Es ist so schön. Ultra geil. Our player here is just making the wingman carbine combo. Look broken. Ah. Stark. Well. This is how to be a one man army when playing as few's. Woo. Wow. Oh. I mean come on Brother. I am definitely. Ganz ehrlich. Da kommt ein fucking 3er Squad gegen einen. Well this is a One Man Army when playing as Fuse is a scary while playing as fu's. Er hat sie nicht mal angewendet. Er hätte auf Posten spielen können. Ich meine, komm mal, ich bin verschieden. Es ist egal, wie viele neue Wehäuser wir bekommen, der Klipp war tatsächlich noch nicht vorbei. Ich meine, komm mal, Bruder. Ey, sorry, ich muss nochmal komplett zurückgehen. Er startet mit 1418 Damage. Also das ist ein richtig, richtig starker Clip. Der hat auf jeden Fall verdient, um diesem Video zu sein. Also da ist viel dabei, was nicht so aufregend ist. Aber hier, das zweite Squad. Es ist egal, wie viele neue Wehäuser wir bekommen. Ja, der Wingman will always be top tier sein. Es ist aber auch einfach jeder Scheiß-Hit. Alter, guckt euch den Damage an. Ich meine, komm mal, Bruder. Und das ist...